Ich fühl mich gut, los geht's mal. Hier, warte mal, warte mal, da haben wir's doch. Sherlock, meine gedeckt auf, mit Hilfe des Chats. So, Freunde. Wir gucken uns jetzt das Video von Survival Martin an, zum Thema 100 Kilometer in Rüstung, beziehungsweise 100 Kilometer in echter Ritterrüstung laufen. Der Selbstversuch Mammutmarsch 2021 Survival Martin. Frisch von drei Stunden online gekommen. Lehmt euch zurück, holt euch Popcorn. 18 Minuten, feinste Unterhaltung. Let's go. Und dann werden wir tatsächlich heute versuchen, in dieser Rüstung, den Mammutmarsch zum Beispiel. Mammutmarsch! Da ist ein bisschen Wasser drin, ne? Bisschen? Hier ist richtig heiß. Kannst du den Spiegel ausgeraten. Der weiße Raum. Jetzt hört es auch auf, witzig zu sein. Das mit der Facke sah wie geil aus. Hallihallo, hallo, hallo, herzlich willkommen, meine Leute. Gib mal noch eine Schätzung ab, wie weit er kommt. Äh, pfff. Das Problem ist, könnte ich jetzt machen, wäre aber unfair, weil ich vorhin unter meinen Kommentaren, also unter meinem Video, heute ist auch ein Video von mir rausgekommen, hat jemand leider schon gespoilert, wie weit er gekommen ist. Daher weiß ich's schon. Ja, ähm, wie gesagt, ich hab das Video noch nicht gesehen, aber jemand hat das unter meinem Video kommentiert, was ich dann leider gelesen hab. Äh, von daher, werd ich jetzt auch nicht, äh, schätzen, weil das wär ja Quatsch. Neue Folge von Zwei, warum ich hier unter Hose stehe und warum hier eine Waage steht. Ganz einfach, ich will versuchen, 24 Stunden, 100 Kilometer in einer Ritterrüstung zu laufen. Und da wüsste man gerne ja vorher, was diese ganze Pumps wiegt. Also, rach auf die Waage. Ohne Rüstung. Ich hab Angst. 93,6. 93,6, Kampfgewicht. Was wär'n das überhaupt? Das wird, das wird mich jetzt grad mal kurz, äh, interessieren. Ähm, UFC-Gewichtsklassen. Wo waren denn die hier unten? Hier. Ähm, was waren das, was waren das, 93 Kilo? Oh, da ist er, ist er ganz knapp. Na gut, wenn er halt noch ein bisschen dann, äh, einen Cut macht, ist er im Halbschwergewicht. Ähm, ich würde wahrscheinlich ins Weltergewicht fallen. Also, ich bin aktuell bei 79, äh, sechs oder sowas, hab ich heute Morgen gewogen. Das heißt, ich komm auf jeden Fall unter, unter 77 oder halt grob 77. Das heißt, ich wäre im Weltergewicht, Manni wäre im Halbschwergewicht. Das heißt, ich bin zwei, beziehungsweise Manni ist zwei Gewichtsklassen über mir. Ne, war es jetzt nicht positiv, negativ, das ist jetzt schon gleich wieder falsch, als das versteht, sondern es hat mich jetzt gerade einfach mal, ähm, interessiert. So, ne, rein ringere, ringere Stahl, kloppt er mich um, wenn ich nicht die richtige Technik ansetze. So, egal. Gute Martin, dann würde ich sagen, ziehe ich jetzt die Ritterrüstung an und dann werden wir tatsächlich heute versuchen, in dieser Rüstung, den Mammutmarsch zu meistern. Ich bin hier gerade in Hamburg angekommen und der Veranstalter hat gesagt, Martin, du hast 24 Stunden Zeit, wir haben so viele Checkpoints, wir stehen bis morgen früh da, versuch da einfach dein Glück. Okay, damals sind die Ritter ja eigentlich mit dem Pferd unterwegs gewesen. Ne, 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 nur die, nur die, guten, also was heißt, nur die guten Ritter, nur die krassen Ritter hatten ein Pferd, ne, aber nicht alle. Gab ja ganz, ganz viele, die zu Fuß gelaufen sind. Nicht gelaufen. Aber ist es denn möglich oder nicht? Wir kriegen es raus, los, komm, mach es an. Oder, also, äh, bricht mich, aber wenn ich so an diese ganzen Dokumentationen, Serien, Filme und so weiter denke, hast du eine gewisse, ähm, oder gewisse Gruppen, die mit dem Pferd schnell unterwegs sind, aber wenn du jetzt so wirklich so große Kriege hattest, hatten ja nicht alle ein Pferd. So, überleg mal, wenn du an diese Schlachtfelder denkst, wo da, keine Ahnung, tausend gegen tausend sind, da haben die ja nicht alle da ihr Pferd noch vorher irgendwo abgeparkt am Baum und sind dann zu Fuß vorne ins Schlachtfeld rein. Sondern nur ein ganz, ganz kleiner Teil, würde ich sagen, war berittenes Rittervolk. Und der Rest war ganz normales ritterliches Fußvolk. Sieh mir, helf mir. Ey, aber gleich mal in die Kommentare, Leute. Was glaubt er, bald kommt, Maddie. Jonas schreibt, willst du sagen, dass Maddie nicht krass ist? Fragezeichen. Hä, wieso? Verstehe ich nicht. Das hat gerade interessiert wegen der Gewichtsklassen. Das hat ja nichts mit krass zu tun. Und theoretisch, wenn du jetzt mal Gewichtsklassen wegnimmst und zwei Leute einfach in den Ring reinstellst, ist der theoretisch, mit einem größeren Gewicht, eher im Vorteil. Der hat einfach mehr Masse, wenn der da, da ist, ne? Ist ja logisch. Hält mal rein. Ich bin gespannt. Ja, Ritter schwarz. So. Freunde, natürlich kann ich die ganzen Bumps nicht alleine machen. Max und Johannes sind mit am Start, weil alleine die Rüstung anlegen kannst du nicht alleine. Hier haben wir noch einen Wasserbeutel. Ich bräuchte mal meinen Helm, bitte. Diesmal ist die Ritterrüstung richtig rum. Das ist schon mal gut. Lang Schwert und dann gehen wir nochmal auf die Wiege. Auf die Waage. Okay, wir schätzen, Leute, schätzt ihr. 93, was wiegt die Ritterrüstung ungefähr? Ich sag 15 Kilo. Ich sag 15. 15 Kilo plus 93 wäre 103, wäre 108. Komm, machen wir vor. Ich sag, mit dem einen drum und dran, ist er jetzt bei 110 Kilo. Ich sag, er ist bei 110 Kilo und somit wäre die Ritterrüstung bei 17 Kilo. Ungefähr jetzt. Ich muss mich auch daran denken, dass wir ein Holzschwert mitnehmen, weil wenn ich mit der Innenstadt, mit dem Replikator durchrenne, dann denken die, keine Ahnung. Es ist eine heute schwierige Zeit, deshalb, ich hab keinen Bock auf Polizeieinsatz wegen mir. Und jetzt gehen wir mal rauf. Seid ihr bereit? 120. Gut, 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 gut. Da hab ich mich ein bisschen verschätzt. Zugelegtes Gewicht, 26,2 Kilo. Ja, ja, gut. Gut, okay, lass uns das mal kurz ein bisschen analysieren. Er war ja jetzt quasi in Unterhosen und T-Shirt. Das heißt, wenn du jetzt normalerweise, ich sag mal, outdoor-mäßig unterwegs bist, hast du ja auch noch Stiefel, du hast da irgendwie noch eine Hose an, vielleicht noch eine Jacke oder sowas, ne? Aber gut, dann, na ja, das ist schon, das ist schon vergleichbar, würde ich sagen, als hättest du so einen 22 Kilo Rucksack auf. So, also wenn wir sagen, mal so 4 Kilo für nochmal Stiefelhose, noch ein bisschen Kassenschlüssel, Handy in der Hand, blabla. So, und dann hättest du quasi, also vielleicht ist es vergleichbar, als hätte er so einen 22 Kilo Rucksack auf, denke ich. 91,6 auf 119, 120. Wir runden mal ab und auf und keine Ahnung, wir haben 25 Kilo Ritterrüstung, 100 Kilometer, 24 Stunden, wir gehen jetzt zum Start, los geht's. Mammut! Mammut, Mammut, Mammut 2021, Ort Hamburg, Startzeit um 9 Uhr, Wetter, Prognose, 29 Grad. Na gut, das ist natürlich scheiße. Ziel, 100 Kilometer in Ritterrüstung, Lauf. Was? Na das war doch ordentlich, Power. Und es geht los in 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1, und los geht's. Und los geht's. Ich mach ihn einfach als erster. Wie er einfach als erster mit der Ritterrüstung da langläuft und die ganzen Leute hinter ihm. Na ja, kann man machen. Ist unterhaltsam. Es soll heute 30 Grad werden, 25 Kilo auf dem Körper, Kilometer 1, ich fühl mich gut. Los geht's, Max. Oh, nicht mehr auf Platz 1 hier, da wird er schon überholt. Also der erste Beutel ist fast leer. Wie viel ist da drin? Liter? Liter? Liter. Liter. Ach krass, hier so durch die Innenstadt? Doch schon, ne? Hier, okay, ganz geil. Das sind 100 Kilometer? Oder wie? Hier ist Start, VP1, VP2, VP3. Hä, das sind doch keine 100 Kilometer, das ist doch hier nur Innenstadt. Und laufen die die ganze Zeit Kreise. Das sind ja hier die einzelnen Viertel, denke ich mal. Ich kenn mich in Hamburg nicht so krass aus. Wo ist denn hier, wo ist denn hier, äh, hier, Rotlichtviertel und so. Wo ist denn hier die Ritze? Hamm, Hamburg, Burgfelder. Wo ist hier St. Pauli? St. Pauli kennt man doch. Seh ich nicht. Ich kenn mich nicht aus, ne? Freunde, das war's komplett. Immer noch drin. Ich hab bitte viel Rennweb. Na, wen haben wir denn hier? Nicole und Sabrina. Hi. Hi, wie war Nicole? Ja, wir laufen die ganze Zeit. Ach so, ich auch so. Ich wollte ja nur sagen, dass ich sie gefunden habe. Er ist im Internet und jetzt in Realität. Wer ist denn das, Marlin? Das ist Expedition Leben. Einmal die Sabrina und einmal die Nicole. Ja, und wer ist wer, Marlin? Hallo. Wer sie noch nicht kennt. Guckt mal auf unseren Kanal. Genau. Lasst euch da, Daumen nach oben und aua. Und kommentieren nicht vergessen. So, wir machen jetzt Kilometer. Bis später. Tschüss. Tschüss, Max. Ciao. Ich hab ja das Video von den Mädels noch nicht gesehen. Aber krass, die laufen hier mit Stiefeln, ne? Und mit den fetten TT-Rucksäcken beim Morsch. Ei, ei, ei. Das wär mir nicht für schwer. Die Mädels sind übrigens der Grund, warum Martin original die letzten zwei Kilometer so einen krassen Schritt drauf hatte, dass mir jetzt die Suppe läuft und ich hab nicht mal was an. Also das gibt schon einen anderen Motivationskick auf jeden Fall. Ja, Mädels sind halt schon, ist, äh, ist, also kann man, also... Hm? Oh, herrlich. Ich muss mal nach Hamburg, Mensch. Ich war schon ein paar Mal in Hamburg, aber irgendwie noch nicht so oft und nicht so viel und irgendwie nur mal so ein bisschen. Geil. Voll schön. Da ist ein bisschen Wasser drin, ne? Bisschen? Das kannst du doch keinmal zählen, ey. Sag mal, wie sieht dein Kopf aus? Wie sieht mein Kopf aus? Ja, es ist halt warm. Schwitz mal. Ja, das ist ein bisschen. Die Suppe läuft runter. Oh, Alter. Die Ritter und so ist echt heiß. Die ist richtig heiß. Kannst du das Spiegeleid drauf beraten. Ich bin eine laufende Barbecue-Fläche. So, heute eben Spiegel. Ach, kurz checken. Hier, das wäre so meins. Hinten so ein kleiner, schöner Trinkrook. Das ist mir auch viel zu viel hier, viel zu groß, Alter. Komm, wie... Fängt er hier, Alter? Er hat eine Bauchtasche. Auch geil. Bauchtasche, Wasserflasche. Ja, gut. Wahrscheinlich hat er dann irgendwo versorgungsmäßig jemanden da, der ihm was zur Not geben könnte, ne? Also, wenn du jetzt überlegst, dass du 24 Stunden läufst, brauchst du ja vielleicht auch mal sowas wie eine kleine Regenjacke oder wenn es nachts kalt wird, schon irgendwie nochmal was zum drüberziehen. Das wird er in seiner Bauchtasche nicht drin haben. Also, ein bisschen was Kleines brauchst du schon. Ich würde sowas tatsächlich, glaube ich, in meinem Trailrunning-Rucksack laufen. Also, nee, Trailrunning-Weste ist das ja quasi eher. Ja, ja, frisch von der Rüstung. To go. So, Kilometer 6. Kurz Zwischenfazit. Was ich absolut merke, sind meine Schultern, meine Schlüsselbeine. Also, hier oben alles, wo die Rüstung aufliegt und drückt, scheuert es und es tut weh. Ich werde definitiv blaue Flecken meines Lebens kriegen. Aber wir gehen weiter. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es tut schon weh. Ist doch schon mal schön. Das ist aber die Lappenhaftigkeit, die den Körper verlässt. Weiter. Ja, woher hat er denn den Spruch schon wieder? Das Schmerz, die Lappenhaftigkeit ist, den den Körper verlässt. Nee. Ich bin ruhig. Du bist Boss. Toll-Fits-Maschine. Hier haben wir Goldstücke. Jetzt. Das war ein Fehler. Was oben drin ist, muss er uns dann wieder raus. Das Problem ist, dass da drunter irgendwo mein Pipi-Mann ist. Aber ich da nicht rankomme. Ja, das muss ich mir mal einmal sagen. Du musst, ich komme nicht ran an den. Ich komme nicht an den. Das ist gerade so schön alleine. Jetzt hilft dem Mann doch mal. Aber nicht zu doll lösen. Das fällt einfach alle drunter. Kannst du keinem erzählen. Wir haben gesehen, dass der eine oder andere Tropf noch braucht. Brauchen wir in die Hose gehen. Ja, das ist auch leicht feucht hier. Das ist vom Schweiß, Digga. Ja, ja, das ist der Schweiß. Okay. So, auf zum VP. Diese Richtung. So, wir gucken gleich mal, wie weit der erste Versorgungspunkt entfernt ist. Zehn Kilometer. Weiter geht's. Oh, geil, ne. So Hafen ist schon, ist schon was Schönes. Eigentlich müsste ich auch mal so ein bisschen durch Hamburg da durchballern. Und einfach mal mit dem Rad da durchfahren. Wir müssen das alles mal da angucken mit dem Hafen und so'n Scheiß. Ich war da irgendwie zu wenig bisher. Dieser Kran und so feiere ich ja. Versorgungspunkt 1. Okay, VP1 in 11 Kilometer. Das heißt ja, die Runde... 10, 20, 30... Ja, das sind ja dann maximal so 40, 45 Kilometer, oder? Na gut, so 45 Kilometer, schätze ich mal, ist die Runde. Vielleicht will er die zweimal dann raufen oder zweieinhalbmal, oder wie? Das ist erreicht. Zeit für einen Snack. Schankwürz, reiche Nahrung. Danke. Oh, wir proben schon mal den Notfall, den Ernstfall. Grüne Banane. Haltet ein. Oh, voll stark. So, ihr Hübschen. Schmerzfazit, nur für die, die es interessiert. Hüfte ist halt nur das Schmerzhafteste. Richtig Luft holen kannst du auch nicht, wenn du richtig tief einatmest. Der Brustkorb öffnet sich und bricht dann quasi an dieser Panzerung ab. Also du kannst... So, jetzt ist Schluss. Normalerweise kann ich noch viel, viel tiefer atmen, geht aber nicht. Lass mich jetzt hier noch einen Tropf legen. Bisschen Adrenalin spritzen und dann laufen wir weiter. Der wird wieder gedopt. Es geht weiter, Freunde. Oh, oh, oh. Aber geil, die ganze Zeit, diese ridderliche Mucke im Hintergrund. Maddie, pass auf. Ah, hier ist spannend, ne? Also die meisten haben hier doch so, ich sag mal so 20, kleine 20 Liter Rucksäcke dabei, ne? Der eine hatte gerade eine Trailrunning Weste an. Aber sonst... Hier sehen wir es nochmal. Guck mal, von hier bis da. Wenn das 11 Kilometer sind. Zack, zack. Ja, doch vielleicht so 40, 45. Leute, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Ritz würde hier lang laufen. Und Maddie geht hier lang. Warte kurz. Trennt sich die Spreu vom Weizen. Ritz würde hier lang laufen. Und Maddie geht hier lang. Freunde, ne? Hab ich das gerade richtig mitbekommen? Trennt sich die Spreu vom Weizen. Da? Trennt sich die Spreu vom Weizen. Ritz würde hier lang laufen. Und Maddie geht hier lang. Lass mal einfach mal so stehen. Ne, das ist natürlich Quatsch. Ich habe keine Ahnung, wo... Ich weiß nicht, wo wir sind. Das tut weh. Wir sind bei einer 6 von 10. Wir gehen jetzt hier lang. Weil... Wenn wir den nicht schafft haben, gehen wir einfach nochmal den. Dann haben wir schon 84. Aha, jetzt gehen wir also doch den kurzen Weg. Digga, wir haben das 30 Grad im Schatten, Alter. Ich gehe so halt von auf dem Stock. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich komme. Ihr könnt ja jetzt nochmal eure Schätzung abgeben. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich werde einfach da in die Hecke fallen. Jürgen, komm. Schau mal. Komm in den weißen Raum. Der weiße Raum. Ich kann ihn sehen. Der weiße Raum. Schatz, ich bin auf dem Weg. Ich kann sie sehen. Wir befinden uns bei Kilometer 15. Wir sind jetzt ab und oben gerade auf die 40er. Und wir haben die ersten Blasturen. Max, der Kameramann, ist am Limit. Zeig mal, da ist er in der Blase. Ist das original so, Leute? Wo ist das da? Das ist schon echt widerlich. Hä, das ist doch... Ist das Max sein Fuß im Thumbnail vielleicht sogar? Da war genau an der Stelle so eine Blase. Auf der anderen Seite auch? Genau dasselbe. Zeig, komm, ruh, dies auch. Fein, Fein, Fein. Fein, Fein, Fein. Ja, passt. Nächster City-Roller, gehst du rein? Nö, nee, nee, ich lauf. Fußbus. Weiter geht's. Das ist so gelogen, ey. Ist so ein Liga. Easy, Fußbus. Alter, das hat er denn für einen riesen Rucksack hierbei. Ich glaube, das ist aber dieser Expat. Dieser Ultralight-Expat-Rucksack. Also der sieht natürlich mächtig aus, wiegt aber nicht allzu viel. Aber trotzdem, der ist ja riesig. So, Leute, wir kommen jetzt in den Bereich. Ah, ich wollte in der Sekunde sagen, ich hätte gerne mal eine Zeiteinschätzung gerade generell. 14.13 Uhr, wann sind die gestartet? Könnt ihr euch daran erinnern? Distanz 16 Kilometer, Temperatur. Ich schätze mal um 10 vielleicht, kann das sein? Kommt das hin? So, 60 Kilometer in dem ganzen Gorille. 4 Stunden, 4 Stunden Reiz mit Pause. Start um 9. Na gut, aber wenn die jetzt um 9 gestartet sind, dann sind wir bei 5 Stunden. Hat er ja noch 20 Stunden, wie er da weiter sich probieren kann. Ich muss mich echt alle 100 Meter hinsetzen müssen. Das Gefühl, es ist so heiß. Max, ich empfehle ein Runtime-Meal. Hm. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Runtime her. Damit kannst du es nicht besser, aber länger. Hä, das ist doch geklaut von Overmaltine, oder nicht? Der Spruch. Ist doch, oder? Ist das Overmaltine gewesen oder irgendwie so ein Ding? Aber das ist doch so ein Werbeslogan von einem anderen Produkt. Auf zu den nächsten 100 Metern. Die nächste Parkbank, da gehe ich rein, Alter. Nun werden wir diesen Kilometer langen Radweg verfolgen. Das motiviert 0, ne? Also das war jetzt wirklich nur 100 Meter. 7. 7 von 10? 7 von 10. Schmerz-Skala. Madinische Schmerz-Skala. 7 von 10. Solange man noch reden kann, ist alles noch gut. Na 8, ne? Es ist nicht geklaut, der Spruch, nur geliehen. Ja gut, dann kann man es auch sehen. Ein Dank, Madin. Haha, geil. Bellmann. Vorbei. Oh, jetzt VP2. Julius Brechtstraße. Ist das nicht auch irgendwie so ein Denker und Dichter oder irgendein Autor gewesen? Brecht? Sagt mal was. Beide, nächster VP. VP2 für uns. Knappe 20 Kilometer haben wir. VP heißt Versorgungspunkt. Jetzt machen wir mal ein bisschen Pause, oder? Ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und dann... Ja, also jetzt auch schon, also als normaler Typ... Aber geil, Alter. Hier, Gurke, Salami, Tomaten. So, der ich jetzt, würde ich sagen, bin. So 20 Kilometer ist schon, ich glaube ab jetzt so, dann fängt es so langsam an wehzutun. Reicht, ne? Na, 20 Kilometer, glaube ich, kann man gut schaffen, so auch als untrainierter, aber dann ist es langsam... Ich denke, du wolltest nur Rüstung an. Ja. Die lasst du jetzt mal essen, wa? Ja. 15 Minuten später. So, Freunde. Schwert wieder in die Scheide. Zwischenstand? Zeit? Wir sind jetzt aktuell seit... Seit 6 Stunden 40 unterwegs. Wir haben gerade Checkpoint 20 erreicht und gehen jetzt weiter. Checkpoint 20? Zweimal. Das heißt, jetzt machen wir sofort die 20 Kilometer voll, richtig? Ach so, wegen 20 Kilometer, sorry. Jetzt in dem Augenblick, wo wir jetzt losgehen, machen wir die 20 voll. Ist schon mal krasserweise mehr, als ich gedacht hätte. Ich bin aber auch gut trainiert. Max ist raus. Max hat sich gerade ein Taxi gezogen. Max hat sich gerade ein Taxi gezogen. Echt jetzt? Aber Survival Jane. Loil, Max, du Hund, Alter. Jetzt zieh ich einfach Taxi nach 20 Kilometern. Diese kleine Muschi. Das gibt es doch nicht, ey. Jetzt geht es mit mir durch. Es gibt halt immer die Ritter und es gibt immer den Hofstaat. Reicht nicht. Es gibt die Ritter und dann gibt es noch einen Knecht. Und dann gibt es noch Knecht Ruprecht. Und das Fußvolk. Wollte mir doch sagen, der Fußbus fährt immer und steigt ins Taxi. Geil. Jetzt wird gerade gefragt, wie lange würdest du durchhalten? Ey, keine Ahnung. Kann ich absolut null einschätzen. Mit so einer Ritterrüstung. Du sweatest da drunter wahrscheinlich des Todes. Es ist scheiße schwer. Das ist schon anstrengend. Aber kann ich gar nicht einschätzen. Weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt schon was für die Waden hier, ne? Man erkennt leider nicht, dass es ein Berg ist. Nee, ne? Doch, klar. Doch. Also ich finde, man kann das erkennen. Ich weiß, warum die Leute damals im Ritter, was für mich gelaufen sind. Als total bescheuert ist. Als einfach total bescheuert ist. Also wenn ich anfange zu zittern, durch, dass die Muskeln halt so extrem anspann sind, das ist schon... Da merke ich schon, okay, es geht los. Falls da draußen irgendjemand von euch auch auf die geisteskranke Idee kommen möchte, und da ist etwas auszuprobieren, was mit der altertümlichen Zeit zu tun hat, Mittelalterkostüme oder auch Lab oder sowas, dann habe ich für euch da mal eine... Müthelon-Store. ...Beschreibung gepackt. Der Müthelon-Store aus Hamburg trifft sich ja echt gut. Die haben richtig geiles Zeug. Alles das, was ihr hier seht, ist aus dem Store. Und wenn da Interesse besteht, Link in der Beschreibung. Vielen lieben Dank an den Müthelon-Store für dieses Vertrauen, für mir diese Ritterrüstung zu geben. Und wir machen jetzt weiter. Was geht's, Johannes? Die wichtige Frage ist, wie geht's dir denn? Gut. Mein rechter Fuß ist offen, aber kein Grund zur Klage. Okay. Weil ich ergötze mich auch an deinem Leid ein bisschen. Ach so. Und das gibt mir... Das ist Johannes. Der ergötzt sich gerne am Leid anderer. So ist er. Neun Antrieb. Ach, ist keine Loha. So ein Typ bin ich nämlich. Ja. Survival Xavier. Bleibt es lebt. Wir sind durch einen wunderschönen Park gelaufen gerade. Und Martin hat zu sagen... Wir sind bei einer Acht. Tut dermaßen meinen Nacken weh. Dieser Helm macht mich fertig. Du wirst irgendwann nur noch so eine Schneise von Sachen sehen. Von mir. Erst liegt da der Beutel, dann das Schwert, dann der Helm, dann Teile der Rüstung. Aber er hat noch alles an, ne? Und hat einen Genick auch. Jetzt hört es doch auf, witzig zu sein. Mehr ehrlich. Ich kann das nicht sehen. Oh, was ist hier los? Expedition Leben am Start. Stein im Schuh. Hä, aber Martin überholt jetzt die Mädels? Aber gut, die haben auch heftig dicke, große Rucksäcke hier, ne? Ei, 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 ei. Das ist auch schon ordentlich. Wirklich? Wirklich jetzt? Die sehen schon ordentlich groß und schwer aus. Mehr nicht. Wenn ihr eine Umarmung braucht oder irgendwas, manchmal motiviert das auch. Sag Bescheid. Ich stinke wie ein Illtis. Das ist zu scheiße. Martin, die wollen nicht von hinten sehen. Die wollen nicht von hinten sehen. Dein breites Kreuz. Uah! Uah! Das Reden fällt mir schwer. Ich sehe nämlich nach einer Bank und etwas zu trinken. Mozart 18 auf 4, 27 Kilometer. Also jetzt seit neun Stunden unterwegs. Naja, läuft auf. Wir nähern uns aber langsam, aber sicher an der 30 Kilometer Marke. Geist. Wirklich, das hätte ich niemals gedacht. Aber? Ist aber mit Sicherheit auch schon so, dass der Körper langsam zu verstehen gibt. Martin ist dankt. Wenn man auf den Körper hören würde, dann müsste ich jetzt aufhören. Mein Rücken tut unendlich weh. Aber ich habe noch nie auf meinen Körper gehört. Ich werde auf jeden Fall jetzt irgendwo... Boah. VP3! 30 erreicht. VP-Nummer weiß ich nicht mehr. Mein Gedächtnis ist am Arsch. Gehen jetzt weiter. Survival Jay, sei ehrlich. Ist zekt. Ist zekt, ne? Ist zekt und sticht. Also ich bin jetzt noch ehrlich, es könnte jetzt jeden Augenblick auf ne 10 springen. Ja, also ich merke einfach... Da wird noch geredet. Wir sind noch nicht mal bei der 18 oder lange nicht. Oder? Also Schmerzen 10 von 10 würde ich jetzt mal einschätzen in Richtung Notruf anrufen. Das ist ja jetzt so 10 von 10, oder? Man ist quasi eigentlich nicht mehr ansprechbar. Das ist doch ne 10 von 10, oder? Weil, oder? Was willst du jetzt wieder von mir hören? Man kann nur offiziell sagen, wir haben mehr in Ritterrüstung als Waffen. Und man kann auch sagen, hätte ich es niemals gedacht. Muss man vielleicht kurz erklären. Wir sind ja angetreten mit dem Ziel 100 Kilometer. In 24 Stunden. In 24 Stunden. Aber es ist, bin ich der Meinung, absolut nicht möglich. Also, okay, bring ich es auf den Punkt. Würde ich rein rational denken, hätte ich aufgehört. Weil ich sage, ey, Leute, meine Füße bluten, ich weiß es. Meine Schultern, alles, was irgendwie Kontakt mit der Rüste hat, sind definitiv blau. Das weiß ich. Mein Rücken klatscht gerade in die Hände und tanzt Samba. Das ist jetzt hier wirklich dieses Ding, wo man einfach weiter geht. Wo man einfach weiter und weiter. Und ich weiß nicht, wann der Punkt kommt, wo es einfach heißt... Game over. Warte mal, warte mal, warte mal. Details, Freunde. Siehste, er hat erkannt. Ja, total. Mammutmarschpatch? Was ist denn hier? 150 Kilometer? Und 200 Kilometer? Hä? Wahrscheinlich kann man so Patches sammeln, wenn man mehrere Mammutmärsche läuft, dass man das dann irgendwie so zusammen so einen komischen Batches kriegt. Schätze ich mal. Was willst du denn hören? Was haben wir noch auf der Eieruhr? Komm. Wo, äh... Wo ist sein Schild verloren gegangen? Das Schild... Warte mal. Ich fühl mich gut. Los geht's mal. Hier, warte mal, warte mal, da haben wir es doch. Sherlock Meine gedeckt auf mit Hilfe des Chats. Hier ist der Start gewesen. Hier geht's lang, 100 Meter. Drohnenaufnahme. Hier ist das Schild. Das ist Schild. Jetzt? Es soll heute 30 Grad werden. 25 Kilo auf dem Körper. Kilometer 1... Kilometer 1, da fühlt sich gut. Kein Schild mehr vorhanden. So nicht, meine Freunde. Und das Schild wiegt locker 10 Kilo. Also ist hier Maddin eigentlich nur mit entspannten, ultraleichten 12 Kilo unterwegs. Ist ein LARP-Schild wiegt vielleicht 2 Kilo? Ich glaub, es wiegt 10, oder? Ich glaub, es wiegt 10. Chat schreit Betrug. Betrug sowas. 23 Kilo wiegt das sogar, mein WR 15 Kilo. Ja, ja, das ist ein sehr schweres Schild gewesen. Das, mindestens, safe, mindestens 10 Kilo. Der chattet sich eigentlich knapp 11,5 Kilo. Alles Fake-Kapper. Ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben es ja aufgedeckt. Was willst du denn hören? Was haben wir noch auf der Eieruhr? Komm. Mach deine scheiß Kamera aus und wir melden uns, wenn wir im Ziel sind. Feuerwickler, Hinschmäcker. Ich möchte 8 Kilo Meter oder so. Du bist grad wie Jesus. Hä, 8 Kilometer? Ich denk, die wollen 100 machen. 8 Kilometer? Die haben doch noch nicht mal die Hälfte. Lull. Du willst den Weg des Leidens dokumentieren. Digga, wir sind bei einer 9. Ist das okay für dich? 9 von 10 auf der Maddin-Schmerz-Skala? Der Skala, auf der Allerechten. Da fehlt auch nicht mehr viel, bis ich anfange, wieder rum zu fluchen. Aber ich will mich zusammenreißen. Dann bin ich wieder betroffen als Kamera, meinst du? Ja, ich werde einfach nicht mehr. Aber denk mir, weißt du, jetzt noch aufhören. Also bis Marathon noch 7 Kilometer. Ist zu schaffen und viel beißen, ne? Oh ja. Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, meine Beine, da ist nicht mehr viel zu machen. Da ist ganz wenig Gefühl drin. Willkommen in meiner Welt. Ah, hier, mit denen läuft er da wieder. Das ist hier die Dame mit diesen Patches und der Herr mit dem Expert-Rucksack. Hier sieht man die nochmal. Ich glaube, das ist Expert. Der sieht für mich so aus. Ich hatte da auch mal so ein Modell. Ja, doch, doch, das müsste der sein. Was haben wir hier? Also Maddin hat hier die Dame irgendwie abgeschleppt. Die ist jetzt schon die ganze Zeit dabei, irgendwie an seiner Seite, ne? Was ist da los? Maddin, immer hier ein Statement. Was ist mit dieser Dame los, mit diesem lila Rucksack? Mensch, was ist denn das für eine schöne Stadt? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Das sieht ja voll geil aus da. Ich mag ja so alte Gebäude, ne? Das ist schon... Ich sehe mich dann hier oben so Assassin's Creed-mäßig hocken und dann runter in den Heustapel springen. Freunde, kurz ab, Mod. Ich muss mich jetzt einer anderen Trümmer-Truppe... Ach hier, da. Ach, Trümmer-Truppe. Anschließen, weil mein Kameramein Nummer 2 ist kaputt. Ja, das muss ich zu meiner Stelle gestellen. Johannes wird sich jetzt Max anschließen, aber das Schlimme ist, es sind nur noch 5 Kilometer. Ich werde jetzt einfach beißen. Ich habe da eine Vermutung an der Stelle. Aber ich werde sie nicht aussprechen. Dann stehe ich wieder als größter Assi da. Manchmal ist es wichtig, seine Fresse zu halten. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ruhig. Ich glaube, wer hat schon Hohlverschleiß an Kameraleuten? Die Kamera muss jetzt leider ausblenden, weil ich nicht habe, wo ich das lassen kann. Wir sehen uns am Ziel. Du hast keinen Bock mehr, ne? Ne, auch keinen Bock mehr. Bis gleich. Martin, wir sind wieder vereint. Alles geil, schau mal. Das hier ist Fake-Grenzen, ja? Das ist alles fake, das stimmt nicht. Hä, da ist doch die Bauchtasche drum. Da hätte er doch die Kamera reinmachen können. Wo bist du? Bist du schon mal nur ein Halb? Oder ist jetzt Schmerz durch Adrenalin? Ich bin schon über 10, oder? Über 10 geht doch gar nicht, Freunde. Die Skala geht doch nur von 1 bis 10. Über 10 geht doch gar nicht. Hey, ei, ei. Also der Fuß hier unten, der fühlt sich an, als wenn er irgendwann auf... Also es gab so kurz das Pieken und dann war der offen. Warum wollte ich nicht? Ja, 42 Kilometer. Das haben wir echt super gemacht. Haben wir auch. Wenn du ins Ziel läufst, bist du Marathon-Distanz... 42 Kilometer gelaufen. 42 Kilometer. 25 Kilometer Rüstung. Das sind genau 32 Kilometer mehr, als ich mir jemals... 12 Kilometer Rüstung, Freunde. 12 Kilometer Rüstung. Weil das 10 Kilo Schild muss man abziehen, das ist wichtig. ...vorgestellt hätte. Fuck. Noch bist du nicht da, nur. Du, ich laufe schon wirklich auf 10. Ich laufe wirklich auf 10. Feste Stirnlampe der Welt. All sieht geil aus, irgendwie. Hat was. Schön nochmal episches Ende. Die letzten Meter. Die letzten Meter. Das ist doch noch nicht mal Halbzeit, oder haben wir uns verpasst? Ach so, ja. Der ist halt echt. Hä? Ich habe echt so einen Plastikding erwartet, wie so mein Kind. Nee, nix Plastik. So, wir beenden es einfach da, wo wir begonnen haben. Wir legen jetzt ab. Knappe. Weiter des Amtes. Das letzte Mal heute. Aber der Versprengte schreibt, aber erst mal 100 Kilometer in 24 Stunden ankündigen. Raffe ich nicht. Hey, da ist doch noch... Was machen die jetzt gerade? Die machen Pause jetzt, ne? Geht gleich weiter. Teil 2 dann. Warte, dann muss ich auch bitte nicht... Ja! Ja! Nicht da einfach, oh! Wir haben doch nicht mal die Hälfte. Fass einfach mal... Einfach nur anfassen. Du siehst doch schon, dass hier Salzkristalle sind, oder nicht? Nee, das ist Wasser. Das ist Wasser. Das ist Klitsch. Na, ist das Ding. Das ist ja ekelhaft. Also ich denke mal, Freunde, nächstes Jahr, also ich habe da noch mehrere Varianten für Martin im Angebot. Ich glaube, einmal komplett als Soldat laufen, als Bundeswehrsoldat mit Koppel, Kampf-Tragestell, Helm, Tarnschminker nach Fresse, Rucksack vollgerödel und so weiter. Mal mindestens 30 Kilo muss da rauf, den Jungen. Dann sehe ich aber auch noch ein Video, Laufen in Taucherausrüstung mit kompletten Neopränen. Das würde ich auch noch hart fühlen, oder? Dann könnte ich mir noch einen dritten Teil vorstellen und zwar 100 Kilometer in 24 Stunden im Juggernauten-Kostüm. In so einem Spreng-Ding-Kostüm. Wisst ihr, was ich meine? Astronaut ist noch gut. Kommt hier gerade, ja. Als Dino. Mega, mega. Mr. Lingo schreibt, es gab eine 42 Kilometer-Route und eine 60 Kilometer-Route. Irgendwann hat er doch die 42 Kilometer geweht. Also die 42 Kilometer hat er geschafft. Ja, ja, die hat er geschafft, aber es geht doch, ich denke 100 Kilometer. Es ging doch um 100 Kilometer. Aber es gab ja gar keine 100 Kilometer-Runde. Und hieß es nicht am Anfang, er will 24 Stunden laufen? Das hat er auch nicht gemacht. Er bricht ja jetzt ab quasi, oder? Nackt finde ich auch gut. Das ist die Thomas-Gast-Version. Die Thomas-Gast-Version, die würde ich noch hart füllen. Mokassins, Ländschurz, Messer, Paracord, Feuerzeug. Das ist die Thomas-Gast-Version. So, er meinte ja, jetzt ist der ganze Körper aus Blau. Jetzt gucken wir mal. Hier. Alter, ja. Nicht da. Fass du da nicht drauf. Wund auf jeden Fall, sehr wund. Hier ist alles überall eingeschnürt und alles. Freunde, ich mach's kurz. Ja, das ist ein bisschen rot hier oben tatsächlich. Bisschen, ja. Ist leicht gerötet an den Bereichen. An der Wassersuppe. Ich hab euch lieb. Falls euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Kommitiert gerne. Ob ihr gedacht hättet, dass sie 22 werden. Ich hab euch lieb. Macht euch bis zum nächsten Mal. Achso, Kanal abonnieren, wäre cool. Weil, komm mal, noch mehr Geisteskrank haben, toll. Damit bin ich raus. Nicht vergessen, wir schwitzen. Ich bin's vor allem, Martin. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's. Schaut gar nicht weiter, Martin vorbei. Ich freu mich auf jeden Fall schon auf die Thomas-Gast-Version und auf das Ganze im Juggernauten-Kostüm. Das ist so, da seh ich mich. Und der ABC-Schutz, auch geil. Auch geil, wirklich in der kompletten ABC-Schutz. Da ist Potenzial. Ich wär auch dafür, dass Martin da so seinen Kanal in die Richtung umwandelt. Und, dass nur noch diese 100-Kilometer-Experimente kommen in verschiedenen Rollen als Indianer, Bauarbeiter, ähm, keine Ahnung, als Lastkraftwagenfahrer, ja. Es gab 42 Kilometer und 60 Kilometer zum Wählen. Das zusammen wären dann die 100 Kilometer. Also, hab ich das richtig verstanden? Die machen jetzt hier kurz ne Pause. Dann zieht Martin alles wieder an und läuft dann nochmal die 60 Kilometer, ne? Das ist jetzt im nächsten Teil, nächste Woche. Oder? Ja. 100 Kilometer rückwärts. Oh, auch stark rückwärts. Auch stark. Gut, ich freu mich auf jeden Fall auf, ähm, auf nächste Woche, ja. Äh, wenn dann Teil 2 kommt und auf die nächsten 60 Kilometer, geil.